Wie kann ein Museum der Zukunft sein? RealDigital versucht zu zeigen, wie es zum Ort der Innovation und des Austauschs werden kann. Wir schaffen Kultur, indem wir uns analog und digital miteinander austauschen. Unser Miteinander ist schon lange Hybrid. Digitale Innovationen nahmen Einzug in unser Leben wie noch nie zuvor. Für das Humboldt-Forum entwickelt das Teilprojekt RealDigital eine besondere Form von hybriden Kulturveranstaltungen. Wir möchten Partizipation möglich machen. Bei RealDigital kann das Publikum mitreden, fragen und diskutieren, egal wo es gerade ist. Es kann direkt per Smartphone, Tablet oder Computer teilnehmen. Die Fragen werden automatisch auf Deutsch oder Englisch übertragen. Die TeilnehmerInnen können die geposteten Beiträge von anderen wählen und somit entscheiden, welche Fragen im Panel gestellt werden. Das Humboldt-Forum ist ein Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch und Debatten. Ein neuer Ort mitten in Berlin. Spaten, Sprachen und Länder rücken im musealen Erfahrungsraum zusammen. Wir alle bauen unsere gemeinsame Kulturplattform. Ohne Grenzen.